Hallihallöchen und guten Tag Leute! Ich bin heute hier in meinem Zimmer, wie ihr wahrscheinlich seht und ich mache hier gerade geheime Aktionen und zwar mit Emma! Hallo! Hallo! Und wir haben uns überlegt, weil wir ja am Sonntag zusammen beim FFN FUNKINDERFESTIVAL auftreten. Da sehen wir etwas zusammen! Genau, da sehen wir etwas zusammen! Und deswegen sind wir hier gerade. Wir haben uns überlegt, wir machen GIRLFRIEND von Avril Lavigne. Sehr cooler Song! Ja, wirklich, wirklich sehr cooler Song! Und ich dachte mir so, alleine kannst du das nicht machen, da musst du dir Emma dazu holen! Hier bin ich! Genau, da ist sie jetzt! Und jetzt sind wir hier gerade voll am anmarkern und so. Genau, alles am anmarkern hier. Wer was macht und so. Und ganz bunt gemischt. Ja, wir machen jetzt hier Performance-Probe gerade so ein bisschen. Hallo Leute! Ich bin jetzt hier gerade Backstage beim FFN FUNKINDERFESTIVAL. Und ich habe Emma auch schon getroffen. Hallo! Hallo! Und wir freuen uns schon sehr, dass wir gleich zusammen singen. Erstmal singe ich ja vier Songs alleine. Und Emma doch so. Und wir freuen uns hier! Vier, genau! Vier, genau! Und beim Kutzen bis wir in der Mai gehen! Und es wird sehr schön! Komplett! Komm, hier Borla ist! Komm, nach vorne mobil? Und jetzt habe ich eine Überraschung für euch. Und zwar, ihr habt doch vorhin bestimmt Amba schon gesehen, als sie heute hier aufgetreten ist. Ja oder nein? Ja! So, und ich habe mich letztens wieder getroffen und ich dachte, wir könnten ja mal was zusammen singen, wenn wir beide schon gleichzeitig hier sind. Und deswegen singen wir jetzt was zusammen und ich freue mich so mega. Emma, komm auf die Bühne! Einen riesengroßen Applaus beim Ambe Türen. Dankeschön. Hast du Spaß? So, dann können wir auch loslegen, weil Spaß ist das Wichtigste. Danke, Baby. No way! Hey, hey! Hey! Vielen Dank! Dankeschön! Dankeschön! So, riesengroßen Applaus für die Hanni und Nanni der deutschen Pop- und Rockmusik. Verleiter Turmall. Habt ihr toll gemacht! Sehr klasse! Wunderbar! Dankeschön! Können wir noch ein Bühnen-Setchen machen? Können wir machen, klar! Ihr müsst dann ausrasten und die Arme hochreißen und scheinen! Yeah! Wo ist das Handy? Das kommt gleich! Da, mit meinem Hände! Also ein halbes Selfie! Ein halbes Selfie! So, alle Arme hoch und ausschlippen! Ja, sehr klasse! Ja, sehr klasse! Dankeschön! Aufmer und Kalab und Jubel! Danke! Danke! Aufmerksamkeit! Was sonst die Wolke führen? Wie normal? Bitte nicht mehr auf Verlass! Wie auf Wolgen sehen! Du大丈夫! Gut, es ist gut! So, gerade ist Axel ein Mann dahinterரculo. an Luftballons und ihr fliegt gerade hoch an Luftballons, das ist so cool! Ich habe jetzt fast 2 Stunden Autofahrung und Spiegel gemacht, voll krassisch! Und jetzt hoffe ich noch einen Fußdruck mit Charlien, das ist echt cool! Vielen, vielen Dank! Ja, klasse! Wir fahren jetzt aufs Schützenfest in Großburg-Wedel! Was machen wir da? Wir gucken hier bei der Zwalzen, weil die spielen da! Oh! Musik Leute, das war's für heute. Ich hab's wieder mit. Tschüss.